Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde, das war eine herzlich willkommen zu einem kleinen Videoblog und zwar zweite Teil zu unserem kleinen Projekt Road to Goldener Umberto. Das letzte Mal hat er da ein oder andere gedacht, ich hätte es nicht geschafft an meinen Ellenbogen zu lecken, was wahrscheinlich daran lag, dass das Video zu der Zeit ich alle war oder irgendwas in die Form, keine Ahnung, egal. Ich habe auf jeden Fall einen neuen Grund, warum ich den goldenen Umberto gewinnen sollte und zwar kann ich mit meinen bloßen gestählten Armen ein Telefonbuch zu reißen und das werde ich euch jetzt direkt zeigen, vorher aber erst noch, muss ich mich... So Freunde, Masse, Montre, Praxis, wie immer am Start und... Achso, hier übrigens das Telefonbuch, als Beweis, dass es auch ein Telefonbuch ist. So, also... Okay, okay, ähm, es liegt daran, weil... Pass auf, es ist noch nicht offen, wir haben also noch eine kleine Plastischschicht davor, plus, es ist nicht nur das Telefonbuch, sondern einmal Telefonbuch, aber auch gelbe Seiten. Das zählt natürlich nicht, weil ich ja bloß das Telefonbuch zu reißen möchte und nicht die gelben Seiten. Dementsprechend lege ich die gelben Seiten weg. So, und jetzt haben wir wirklich nur noch das Telefonbuch. Ganz normales, haushandelsübliches Telefonbuch. Was ich jetzt zerreißen werde, meine Freunde, passt auf! So, wird geil! Auf die Plätze, fertig und... Flucht! Solange ich jetzt...